Auch ich war noch durch diese Schranke von ihm getrennt, doch immerhin ahnte ich etwas von dem, was er erreicht hatte, und konnte ehrfürchtig staunen. Er hatte mir noch nicht geantwortet, und so fragte ich ihn noch einmal, was er mir zeigen wolle. Etwas ungeheuer Wichtiges, sagte er, aber wie du es sehen wirst, hängt ganz von dir ab. Es hängt davon ab, ob du dir das Schweigen und die Ausgeglichenheit der Bäume angeeignet hast. Wir gingen mit schnellen Schritten über den dunklen Patio ins Haus. Ich folgte ihm in den Flur und biss vor seine Zimmertür. Meine Nervosität verdoppelte sich, als er dort eine kleine Ewigkeit, wie es mir schien, stehen blieb und tief durchatmete, wie um sich auf das zu konzentrieren, was jetzt bevorstand. Okay, gehen wir rein, sagte er und zupfte mich leicht am Ärmel. Eins noch vorweg, starr die Sachen da drinnen nicht an. Du kannst ansehen, was du willst, aber nur mit schnellen, schweifenden Blicken. Er öffnete die Tür und wir betraten sah ein extravagantes Zimmer. Während meines Baumlebens hatte ich meinen ersten kurzen Aufenthalt in diesem Raum an dem Tag, als Clara und Nelida verschwunden waren, völlig vergessen. Jetzt stand ich wieder genauso bestürzt vor diesem unglaublichen Sammelsorium. Als erstes fielen mir die vier Stehlampen auf, eine in der Mitte jeder Wand. Aber was das für Lampen waren, blieb mir völlig unerfindlich. Das ganze Zimmer mit seinem gesamten Inventar lag in einem gespenstisch weichen Bernsteinlicht. Ich kannte mich mit elektrischen Gerätschaften gut genug aus, um zu wissen, dass keine gewöhnliche Birne durch einen noch so ungewöhnlichen Lampenschirm jemals solch ein Licht abgeben konnte. Emilito hielt mich am Arm, um mir beim Übersteigen eines fußhohen Zauns zu helfen, der in der Südwestecke des Zimmers eine kleine quadratische Fläche abgrenzte. »Willkommen in meiner Höhle«, sagte er dabei grinsend. In diesem eingezäunten Bereich stand ein langer Tisch, halb verdeckt von einem schwarzen Vorhang und vier in einer Reihe stehende, sehr seltsam aussehenden Stühlen. Jeder besaß eine hohe, ovale Rückenlehne, eine Art gewölbte Schale, die den Rücken umschloss, und anstelle der Beine etwas, das wie eine massive, runde Basis aussah. Alle vier Stühle standen zur Wand hin. »Nicht starren«, erinnerte Emilito mich, während er mir half, mich auf einen der Stühle zu setzen. Mir fiel auf, dass sie offenbar aus Kunststoff bestanden. Die runde Sitzfläche federte, obgleich sie hart wie Holz war. Die Lehne, die den Rücken zu umschließen schien, war ebenfalls hart und federte. Das gesamte Oberteil des Stuhls ließ sich mit seiner runden Basis seitwärts drehen. Alle vier Stühle waren strahlend tiefblau gestrichen. Der Hausmeister setzte sich auf den Stuhl neben mir. Er drehte ihn zur Raummitte hin und gab mir mit seltsam gepresster Stimme die Anweisung, mich ebenfalls zu drehen. Ich tat es und musste unwillkürlich nach Luft schnappen. Das Zimmer, das ich eben durchquert hatte, war weg. Dafür starte ich jetzt in eine endlose Ebeneweite, über der ein Pfirsichfarbenes Licht lag. Der Raum schien sich vor meinen Augen ins Unermessliche zu weiten und der Horizont war pechschwarz. Wieder keuchte ich, jetzt aber wegen eines Gefühls in der Magengrube, als ob der Boden unter mir wiche und etwas mich in diesen Raum hinein zöge. Ich spürte den Drehstuhl nicht mehr unter mir, obwohl ich noch auf ihm saß. Ich hörte Emilito sagen, drehen wir uns wieder zurück. Aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Offenbar tat er es für mich, denn plötzlich blickte ich wieder in die Zimmerecke. Unglaublich, findest du nicht? fragte er lächelnd. Ich brachte kein einziges Wort heraus. Und warum hätte ich auch Fragen stellen sollen, auf die es doch keine Antworten gab? Nach einer Weile drehte Emilito meinen Stuhl erneut, um mich noch einmal dem Eindruck der Unendlichkeit auszusetzen. Die Unermesslichkeit dieses Raums erschreckte mich so sehr, dass ich die Augen schloss. Ich spürte, wie er den Stuhl zurückdrehte. Jetzt steh auf, sagte er. Ich gehorchte mechanisch, stand zitternd da und versuchte, meine Stimme wiederzufinden. Im Stehen drehte er mich erneut zum Zimmer hin. Von Angst geschüttelt weigerte ich, mich die Augen zu öffnen. Aber als er mir mit dem Knöchel einen Schlag auf den Kopf versetzte, sprangen sie auf. Erleichtert sah ich, dass das Zimmer nicht mehr schwarzer, endloser Raum war, sondern so, wie ich es beim Eintreten gesehen hatte. Trotz seiner Ermahnung, alles nur mit Blicken zu streifen, starrte ich all die undefinierbaren Gegenstände eine nach dem anderen an. Emilito, bitte sag mir, was ist das alles? Ich bin nur der Hausmeister, erwiderte er. All das steht in meiner Obhut. Und mit einer Handbewegung über das ganze Zimmer hinweg fügte er hinzu. Aber du kannst mich schlagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keiner von uns weiß, was es ist. Wir haben es mitsamt dem Haus von meinem Lehrer, dem Nagual Julian, geerbt. Und der hat es wieder von seinem Lehrer, dem Nagual Elias, geerbt, der es ebenfalls geerbt hatte. Sieht aus wie eine Art Requisitenkammer, sagte ich. Aber das ist nur Einbildung, nicht wahr, Emilito? Das hier ist Zauberei. Du kannst es jetzt sehen, weil du genügend Energie zurückgewonnen hast, um deine Wahrnehmung zu erweitern. Jeder kann es wahrnehmen, wenn er nur genug Energie gespeichert hat. Aber leider, leider ist unsere Energie größtenteils in lauter Unsinn gebunden. Die Rekapitulation ist der Schlüssel. Sie setzt die gebundene Energie wieder frei und voila, schon hast du die Unendlichkeit direkt vor der Nase. Ich musste lachen. Sein voila kam so überraschend und klang so wunderbar unpassend in dieser Situation. Das Lachen löste einiges von meiner Spannung. Aber ist das hier real, Emilito, oder träume ich? Du träumst, aber all das ist real. So real, dass es uns auflösen und umbringen kann. Da ich für das, was ich sah, keinerlei rationale Erklärung wusste, konnte ich meiner Wahrnehmung weder trauen noch misstrauen. Ich fand mich in schrecklicher Ausweglosigkeit und am Rande einer Panik. Der Hausmeister trat ganz nah an mich heran. Zauberei ist mehr als schwarze Katzen oder ein paar Nackte, die um Mitternacht auf dem Friedhof tanzen und andere Leute behexen, flüsterte er. Zauberei ist kalt, abstrakt, unpersönlich. Deshalb bezeichnen wir diesen Wahrnehmungsakt als Übergang der Zauberer oder Flug ins Abstrakte. Um den gewaltigen Sog des Abstraktens standhalten zu können, müssen wir stark und entschlossen sein. Das ist nichts für zaghafte und furchtsame Geister. Das pflegte der Nagual Julian zu sagen. Ich war so voller Wissbegierd, dass ich in vollkommener Konzentration jedem seiner Worte lauschte und die ganze Zeit konnte ich den Blick nicht von all diesen Dingen im Zimmer abwenden. Ich kam zu dem Schluss, dass kein einziges von ihnen real war. Da ich sie aber wahrnahm, musste ich mich fragen, ob ich selbst vielleicht ebenso unwirklich war oder ob ich mir diese Gegenstände zusammenspann. Nicht, dass sie nicht zu beschreiben gewesen wären. Sie waren für mich nur als nichts zu erkennen, was ich je gesehen hätte. Jetzt mach dich bereit für den abstrakten Flug der Zauberer, sagte Emilito. Halt dich unbedingt an mir fest. Es geht aufs Ganze. Du kannst dich an meinem Gürtel klammern oder mir Huckepack auf den Rücken klettern, aber lass auf keinen Fall los. Bevor ich ihn auch nur fragen konnte, was er jetzt vorhabe, schob er mich zum Stuhl zurück und drehte mich auf den Sitz. Ich blickte an die Wand. Dann drehte er den Stuhl um 90 Grad, sodass ich wieder zur Raummitte in diese furchtbare Unendlichkeit schaute. Er half mir beim Aufstehen, indem er mich an der Talie hielt und ließ mich ein paar Schritte in die Unendlichkeit tun. Das Gehen war fast unmöglich. Meine Beine schienen mir tonnenschwer. Ich spürte, wie der Hausmeister mich schob und schob. Plötzlich saugte mich eine gewaltige Kraft an und ich ging nicht mehr, sondern glitt durch den Raum, Emilito, neben mir. Ich erinnerte mich an seine Worte und packte ihn am Gürtel, gerade noch rechtzeitig, denn genau in diesem Augenblick bewirkte ein weiterer Energiestoß eine ungeheure Beschleunigung. Ich schrie, er solle mich anhalten. Schnell hob er mich auf seinen Rücken und ich klammerte mich an ihn, als gelte es das nackte Leben. Ich presste die Augen zu, aber es half nichts. Ich sah immer die gleiche, endlose Weite vor mir, mit offenen wie mit geschlossenen Augen. Wir flogen durch etwas, aber es war nicht Luft und auch nicht über der Erde. Am meisten fürchtete ich, dass ein weiterer Energiestoß mich von Emilitos Rücken losreißen würde. Ich kämpfte mit allem, was ich hatte, um meinen Halt und meine Konzentration. Es endete so plötzlich, wie es begonnen hatte. Wieder fühlte ich einen Energiestoß und stand schweißgebadet neben dem blauen Stuhl. Ich schlodderte am ganzen Leib und konnte nichts dagegen tun. Ich rang keuchend nach Luft. Das Haar hing mir feucht und wirr ins Gesicht. Der Hausmeister drückte mich auf den Sitz und drehte mich zur Wand. Dass du dir ja nicht in die Hose machst, solange du auf diesem Stuhl sitzt, fuhr er mich barsch an. Nein, dergleichen lag hinter mir. Ich war leer. Alles war aus mir gewichen, auch die Angst. Der Flug durch diesen unendlichen Raum hatte nichts davon übrig gelassen. Du kannst jetzt wahrnehmen, wie ich wahrnehme, sagte Emilitos nickend. Aber du hast in dieser neuen Welt noch keine Kontrolle. Die kommt erst, wenn du ein Leben lang Disziplin geübt und Kraft angesammelt hast. Wie soll ich mir das hier je erklären, sagte ich und drehte mich selbst noch einmal zum Zimmer hin, um nochmals einen Blick auf diese rötliche Unendlichkeit zu werfen. Jetzt waren die Gegenstände im Zimmer winzig klein wie Schachfiguren auf einem Schachbrett. Ich musste sie direkt suchen. Und die Kälte dieser gnadenlosen Weite erfüllte mich mit einem Grauen, in dem kein lindernder Zug war. Ich erinnerte mich an Claras Worte über die Sähe, die den Blick auf das Unendliche gerichtet hatten und sahen, dass das Unendliche mit kalter, unnachgiebiger Indifferenz zurückstarrt. Sie hatte mir nie erzählt, dass auch sie diesen Anblick kannte, aber jetzt wusste ich, dass sie ihn kannte. Und wozu hätte sie es mir sagen sollen? Ich hätte ja doch nur gelacht oder ihr eine blühende Fantasie zugeschrieben. Nun stand ich da, fassungslos starrend und ohne die Hoffnung jemals zu begreifen, was ich da entstarrte. Emilito hatte recht. Erst wenn ich ein Leben lang Disziplin geübt und Kraft gespeichert hätte, würde ich verstehen, dass ich einen Blick ins Unendliche tat. Jetzt wollen wir mal die andere Seite der Unendlichkeit ansehen, sagte Emilito und drehte meinen Stuhl sanft wieder zur Wand. Mit zeremonieller Geste hob er den schwarzen Vorhang, während ich mit leerem Blick dasaß und das Zähneklappern zu unterdrücken versuchte. Hinter dem Vorhang war ein langer, schmaler, blauer Tisch. Er hatte keine Beine und schien an der Wand befestigt zu sein, obwohl ich keinerlei Scharniere oder Konsolen sah. Emilito gab mir Anweisungen. Leg die Unterarme auf den Tisch und das Kinn auf die übereinander liegenden, geballten Fäuste, wie Clara es dir gezeigt hat. Von unten muss ein Druck auf das Kinn entstehen, aber halte den Kopf leicht und weich, Verspann dich nicht dabei. Leichtigkeit, das ist es, was wir jetzt brauchen. Ich tat, was er sagte. Augenblicklich öffnete sich ein kleines Fenster in der schwarzen Wand, vielleicht 15 Zentimeter vor meiner Nase. Der Hausmeister saß rechts neben mir und blickte anscheinend durch ein zweites kleines Fenster. »Was siehst du?«, fragte er. Ich blickte auf das Haus. Ich sah die Vordertür und den Speiseraum der linken Seite, in den ich im Vorübergehen einen kurzen Blick geworfen hatte, als ich mit Emilito auf dem Weg zur Vordertür war. Der Raum war hell erleuchtet und voller Leute. Sie lachten und unterhielten sich auf Spanisch. Manche bedienten sich von einer Anrichte, wo auf Silbertabletts herrlich arrangiert eine Auswahl einladender Leckereien stand. Ich sah den Nagual und dann Clara. Sie spielte Gitarre und sang mit einer anderen Frau, die ohne weiteres ihre Schwester hätte sein können, im Duett. Diese Frau war so groß wie Clara, aber von dunkler Gesichtsfarbe. Sie hatte nicht Klaras feurige grüne Augen. Ihre waren auch feurig, aber dunkel, beinahe finster. Dann sah ich Nelida. Sie zanzte für sich allein zu einer Melodie von eindringlicher Schönheit. Irgendetwas an ihr war anders, als ich es in Erinnerung hatte, aber ich wusste nicht genau, was es war. Eine Zeit lang sah ich ihnen verzaubert zu, als wäre ich gestorben und jetzt im Himmel. Die Szene war so ätherisch, so voller Freude und fern aller Alltäglichkeit. Doch dann wurde ich aus meiner Versunkenheit gerissen. Als eine zweite Nelida durch eine Seitentür eintrat. Ich traute meinen Augen nicht. Zwei Nelidas! Ich sah Emilito mit einer stummen Frage an. Die tanzende Nelida ist Florinda, sagte er. Sie sind fast genau gleich, nur dass Nelida ein bisschen weicher aussieht. Er blinzelte mir zu und weitaus rücksichtsloser ist. Ich zählte die Menschen im Raum. Außer dem Nagual waren es 14. Neun Frauen und fünf Männer. Ich sah die beiden Nelidas, Clara und ihre dunkle Schwester und die übrigen fünf Frauen kannte ich nicht. Drei waren eindeutig alt. Aber wie Clara, Nelida, der Nagual und Emilito von unbestimmbarem Alter. Die übrigen beiden Frauen waren höchstens ein paar Jahre älter als ich. Vielleicht Mitte 20. Vier der Männer waren älter und von der gleichen Ausstrahlung finsterer Entschlossenheit wie der Nagual. Aber einer war jung. Er war von dunkler Gesichtsfarbe und klein, schien aber sehr kräftig zu sein. Beim Reden gestikulierte er lebhaft und sein ausdrucksvolles Gesicht verriet große Vitalität. Es war etwas an ihm, das ihn von den anderen abhob. Mein Herz tat einen Sprung und ich fühlte mich sofort zu ihm hingezogen. Das ist der neue Nagual, sagte der Hausmeister. Wir blickten weiter in den Raum und er erklärte, die Zauberei eines jeden Naguals sei von seinem besonderen Temperament und seiner Erfahrung geprägt. Da der Nagual schon Michael Abela, ein Yaki-Indianer sei, habe seine Gruppe das Pathos der Yaki als Kennzeichen all ihres Tuns angenommen. Ihre Zauberei sei deshalb von der düsteren Gestimmtheit dieser Indianer durchdrungen. Und wir alle, auch ich, seien durch die Regel dazu verpflichtet, uns durch alle Höhen und Tiefen mit den Yaki vertraut zu machen. Das wird deine Ausrichtung bleiben, bis der neue Nagual die Leitung übernimmt, flüsterte er mir ins Ohr. Dann wirst du dich ganz auf sein Temperament und seine Erfahrung einlassen müssen. Das ist die Regel. Du wirst eine Universität besuchen müssen. Er hat es mit akademischen Dingen. Wann wird das sein? Flüsterte ich. Wenn alle Mitglieder meiner Gruppe gemeinsam der Unendlichkeit in dem Zimmer hinter uns gegenübergetreten und in ihr aufgehen, antwortete er leise. Eine Wolke von Ermüdung und Verzweiflung begann mich einzuhüllen. Die Strapaze, das Unvorstellbare zu verstehen, wurde zu groß. Dieses Zimmer, das mir als Hausmeister anvertraut wurde, ist die Akkumulation der Absicht und der Temperamente aller bisherigen Naguals bis hin zu John Michael Abelard. Er sprach dicht an meinem Ohr. Auf keine Art und Weise könnte ich dir je erklären, was dieses Zimmer ist. Für mich ist es genauso unbegreiflich wie für dich. Ich wandte den Blick von dem Speiseraum mit all seinen fröhlichen, lebhaften Menschen ab und sah Emilito an. Mir war danach zu weinen, denn jetzt endlich wurde mir klar, dass Emilito so einsam war wie Manfred. Ein Wesen von unvorstellbarer Bewusstheit, aber unter der Bürde der Einsamkeit, die diese Bewusstheit mit sich bringt. Mein Wunsch zu weinen verging, denn mir wurde klar, dass Traurigkeit eine nichtige Emotion ist, wenn ich an ihrer Stelle Ehrfurcht empfinden konnte. Der neue Nagual wird sich deiner annehmen, sagte Emilito und lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf das Fenster und den Speiseraum. Er ist dein wahrer Lehrer und er wird dich in die Freiheit führen. Er hat viele Namen, einen für jeden Aspekt der Zauberei, mit dem er sich befasst. Für die Zauberei der Unendlichkeit lautet sein Name Die Last Grau. Eines Tages wirst du ihm und den anderen begegnen. Es ging nicht an dem Tag, als du mit Nelida auf dem linken Korridor warst, und es geht auch jetzt nicht. Aber du wirst den Übergang bald machen. Sie warten auf dich. Eine namenlose Sehnsucht ergriff mich. Ich wäre gern durch das Guckloch geschlupft, um bei den anderen zu sein. Da waren Wärme und Zuneigung, und sie warteten auf mich.